So, wir sind wieder auf dem Theodul-Pass. Vor uns das Matterhorn und das kleine Matterhorn plus das Plateau Rosa. Und wir fahren jetzt mal alle drei Sesselifte bis nach unten. Schauen, wie lange das wir dafür brauchen. Eins, zwei, drei Sessel-Lichte und los geht's. Schauen, wie lange das Wasser rauskommt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist die erste Sektion, der erste Lift von oben gesehen Auch hier wieder ein Restaurant Und es geht direkt weiter Mit riesigen reiten Pisten ZDF, 2020 Das ist die zweite Sektion 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 D armour Wege Und Mit Sektion Sollte Hier brauchen wir die Geschwindigkeit, damit beide Wege funktionieren, aber beim linken muss man dann weiter unten in Länge fahren lassen. Die Geschwindigkeit ist ein Schuss, damit wir mit der Schuss auf den Schuss aufstehen. die wedergeschwindigkeit das letzte Stückchen hier das letzte Stückchen hier Untertitelung des ZDF, 2020